Hallo und herzlich willkommen zum Power-Podcast. Heute zum ersten Mal in Ton und Farbe in der Power-Flat, in der Power-Girl-Flat. Und also, falls du jetzt auf Spotify dabei bist, dann kannst du mal auf YouTube schauen, auf den Kanal Maya Brennicke, und dann siehst du die Power-Flat. So, und ich habe heute wieder den Co-Host hier, den Co-Coach, Kate, zu Gast. Und wir wollen über ein sehr, sehr cooles, spannendes Thema sprechen, was für unsere Power-Girls auch immer sehr relevant ist. Und zwar reden wir heute über drei unterschätzte Faktoren, wenn es um das Erreichen deiner Fitnessziele geht. Jess, willst du noch mal Handu sagen? Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf in deiner Wohnung und vor allem auch wieder im Podcast. Und ja, Mehrwert liefern darf und ein bisschen mit dir quatschen darf über ein Thema, womit wir uns jetzt in der letzten Zeit auch immer mehr auseinandersetzen und auch merken, dass das immer so irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt ist. Ob man es erreicht oder nicht. Ja, voll. Und es ist nicht deine Ernährung oder dein Training. Ja. Also wir fangen mal mit Punkt Nummer eins an. Yes, we do. Punkt Nummer eins ist Organisation und Planung. Und da passt so ganz gut, if you fail to plan, you plan to fail. Boah, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut, ja. Ja. Das ist auch so die erste Hürde, habe ich immer das Gefühl. Wenn wir die Powergirl-Pläne rausschicken, dann ist erst mal dieses Excitement da auf der anderen Seite. Ich kriege jetzt meine Pläne und dann kommt... Okay, wie schaffe ich das jetzt umzusetzen? Ja. Und was wäre aus deiner Sicht so ein Step one? Also so ein Step one, der mehr oder weniger ja auch schon passiert, ist halt, sich Ziele zu setzen. Also was sind meine Ziele? Und dann auch zu überlegen, was sind so die Prioritäten und vielleicht auch Habits, die ich brauche für diese Ziele, um in dem Fall zielgerichtet an dieser Planung rangehen zu können. Ja, das wäre so Step eins. Also sich da erst mal Klarheit verschaffen. Was will ich eigentlich? Wer will ich sein? Und was darf ich dafür tun? Ja. Und da ist auch wichtig, also wenn du jetzt deine Fitness-Journey startest oder du vielleicht ein bisschen mehr aus deiner Fitness-Journey holen möchtest, dass dieser Spruch, decide what you want, decide what you are prepared to give up to get it, set your mind on it and get on. Und das ist ganz doll wichtig, weil für ein neues Ziel, was du hast, darfst du Opfer bringen und musst du bestimmte Dinge ändern, weil sonst ändert sich halt nichts. Du musst bestimmte Verhaltensweisen oder du darfst bestimmte Verhaltensweisen und Gedanken ändern, um dein Ziel zu erreichen. Das bedeutet an der einen oder anderen Stelle, dann Prioritäten zu setzen, Nein zu sagen, Dinge nicht mehr zu tun oder Dinge zu tun. Ja, voll. Und es ist ja auch, wenn man es mal so sieht, voll geil, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verändern und immer da zu entscheiden, was machen wir als nächstes, auch wenn es hart ist und Arbeit erfordert. Das ist auch irgendwie geil. Ja, und das Allerwichtigste ist da halt wirklich dieser Punkt Zielklarheit. Also, dass du wirklich, weil wenn dir das nicht klar ist, was du möchtest, dann fragst du dich halt, okay, warum soll ich mich jetzt jeden Abend in die Küche stellen? Warum kann ich nicht einfach essen gehen? Warum kann ich nicht einfach auf der Couch bleiben? Wenn du nicht klar bist in dem, was du möchtest, dann kommen diese ganzen Entscheidungsschwierigkeiten und dieses ganze Hin- und Her-Schwimmen. Wirklich, man schwimmt halt und hört mehr auf die anderen. Auf das Umfeld gehen wir eh gleich noch ein. Aber das ist wirklich immer Punkt Nummer eins. Und wahrscheinlich nervt es dich jetzt schon beim Podcast. Ja, ja. Also, mich hat das, glaube ich, auch lang getriggert, so dieses Planung und Struktur haben. Und irgendwie klingt das so langweilig. Ich will doch eigentlich nur trainieren. und in Anführungsstrichen gescheit essen und so aussehen, wie ich irgendwie aussehen möchte. Aber ja. Disziplin ist freedom. Ja, hast du auch. Das ist so. Ja. Das habe ich im letzten Podcast angesprochen. Also, Disziplin ist deine Freiheit. Und ich fand es letztens so spannend, weil ich habe einen Podcast über eine Autorin gehört, Miss Gilbert. Und man denkt ja manchmal so Künstler und du brauchst so diese... Das ist halt ein ganz anderes Feld. Aber du brauchst so diese Freiheit für dich, um kreativ zu sein. Und ich denke, das braucht man auch. Aber sie meint, dass sie halt super diszipliniert ist. Und dass der Grund, warum sie so eine tolle Autorin ist, ist, dass sie diszipliniert ist. Und wenn sie ein Buch fertig schreiben möchte, dann nimmt sie sich Zeit dafür. Und das ist das Wichtige. Und Zeit brauchen wir, um die Dinge umzusetzen. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch, there is no time management, there is just priority management. Und das ist so der allererste Schritt, wenn du deine Pläne meinetwegen bekommst oder Dinge ändern möchtest, dass du dir bewusst bist, was will ich, warum will ich das und was sind jetzt meine Prioritäten. Und dann ist der nächste Schritt? Ins Tun zu kommen. Also sich einen Überblick zu verschaffen. Man kann das Ganze anhand einer Wochenplanung machen oder einer Tagesplanung und vielleicht nicht ganz so überfordert zu sein. Aber ich persönlich, und ich glaube auch, du hast die Erfahrung gemacht, dass es echt wertvoll sein kann, mal seine Woche aufzulisten. Also nicht nur im Kopf zu haben, weil im Kopf ist immer so unglaublich viel und das führt eher zu Überforderung. Und dann bringst du das alles mal so aufs Papier und auf einmal, das ist jetzt auch die Erfahrung, die ich mit ein paar Powergirls gemacht habe, relativ schnell kommt so ein Aha-Moment, so irgendwie fühlt sich das gar nicht mehr so unglaublich viel und überfordernd an, sondern ich kann mehr verstehen, wie sieht meine Woche aus, ich habe ein bisschen Klarheit und man kann halt schauen so, was brauche ich auch gerade für das aktuelle Ziel und was vielleicht auch nicht. Also was raubt mir da auch irgendwie meine Energie und Aufmerksamkeit? Ja, voll. Also erst mal einen Überblick verschaffen. Da kann man ja auch einfach so einen Wochenüberblick mal von Montag bis Sonntag und mit jeder Stunde und du trägst ein, was du machst und dann überlegst du, was brauchst du? Also was sind Zeitslots, die du brauchst? Und dann fängst du an. Also ich würde halt, ich persönlich würde immer so rangehen, dass ich mir halt mein Ziel über diese Woche schreibe und schreibe meinetwegen, ich bin Profiathletin, also als hätte ich mein Ziel schon erreicht und dann stelle ich mir vor, ich bin diese Person schon und ich gucke dann, okay, welche Tätigkeiten darf ich dafür jeden Tag durchführen oder was sind bestimmte Termine in der Woche, die ich einzuhalten habe und dann trage ich mein Training ein und dann trage ich vielleicht jeden zweiten, dritten Tag Zeit für Meal Prep ein. Ja, das gibt es noch. Ja, ich finde, es ist auch eine schöne Idee, also auch wieder eine Art und Weise, wo man kreativ werden kann, ähnlich wie beim Vision Board. Ja. Und wenn du dir dann immer auch so das Ziel hast, ich meine, es kann ja auch sein, ich möchte mehr Struktur in meinen Alltag bringen und einen entspannteren, produktiveren Alltag haben. Das könnte auch dein Ziel oben sein und dann fängst du an, anhand dessen irgendwie, ja, an die Planung zu gehen. Aber das Wichtigste ist, da anzufangen. Also, das muss nicht perfekt sein, sondern wirklich so allein, dass man sich da mal mit auseinandersetzt und ja, und auch bewusst ist, sich bewusst ist, hey, wenn mal ein Tag jetzt nicht so läuft, wie ich mir das geplant habe, wie eine Athletin, da kam noch was dazwischen, dann ist es auch okay. Und es ist halt auch klar, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe noch zwei Kinder, ich habe einen Job, ich habe einen Mann, das sind auch alles wichtige Sachen. Ja, das ist für dich auch Priorität. Dann plan dir Familienzeit ein und sei auch wirklich bei der Familie dann und ärgere dich nicht, dass du in der Zeit nicht trainieren kannst. Das ist so, boah, das ist so krass. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer ehemaligen Athletin und sie meinte, sie schrieb mir, hey, Maya, liebe Grüße, ich wollte dir nur mal was von meiner Kinderzeit erzählen, weil sie hat zwei kleine Kinder und du hast immer zu mir gesagt, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringen darf. Weil sie hat halt oft in die Check-ins geschrieben, ja, ich muss jetzt für die Kinder, ich muss dies, ich muss das. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du darfst, du hast Kinder, du darfst. Und das hat sie halt worst getriggert, was mir auch klar ist, weil ich kann halt gut reden, ich habe nichts anderes zu tun, als zu arbeiten, zu trainieren, und dass sie das erst sehr getriggert hat und sie dann aber mehr darüber nachgedacht hat und sie jetzt einfach wirklich versteht oder das auch so sieht, wenn sie Zeit mit ihren Kindern hat, dann ist sie 100% dort anwesend im Jetzt und sie darf, sie hat dieses Geschenk bekommen, diese Kinder überhaupt zu bekommen und den Kindern was mitzugeben, sie darf und sie hat sich auch überlegt, welche Mama möchte ich sein, was möchte ich meinen Kindern in dieser Zeit, mit denen ich, in der ich Zeit mit denen verbringe, mitgeben und ist dann einfach anders präsent in dieser Zeit und überlegt sich gleichzeitig natürlich auch, was möchte ich für Dinge, einfach Werte vermitteln und so weiter und dass ihr das unglaublich viel gebracht hat und ich fand es so schön, als sie das gestern geschrieben hat, ich habe gar nicht geantwortet, jetzt muss ich auf jeden Fall mal antworten, aber ich fand das, ja, wie gesagt, dass du halt in den Zeitblöcken, die du dir setzt und die Priorität für dich sind, das muss nicht immer Training oder Ernährung sein, wirklich auch weißt, das ist jetzt, da bin ich im Jetzt und das ist jetzt meine Aufgabe, ja. Ja, Beispiel bei mir, also ich habe angefangen, mir ganz feste soziale Blöcke einzubauen, also bei mir war gar nicht so dieses, ich muss mir Zeit nehmen fürs Training, ich darf, oder Mealprep, sondern wirklich mal so, okay, Me-Time, Self-Care und, ja, das ist auch ein Punkt, den du damit ganz gut angehen kannst, ja. Ja, oder nicht und da gibt es auch Phasen im Leben und das ist, glaube ich, auch nochmal, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ganz toll wichtig, wenn du jetzt sagst, ey, ich bereite mich auf einen Halbmarathon vor oder auf die Bühne oder ich möchte wirklich im Sommer richtig, richtig geiles Sixpack haben. So, das heißt, für den, der Fokus in den nächsten Wochen bis wieder Pulli-Zeit ist, sag ich mal, im Oktober ist wieder Pulli-Zeit, äh, irgendwie nicht, ist deine Priorität, ähm, deine Ernährung und dein Training und dann gibt es danach ja auch wieder andere Prioritäten, die du wahrnehmen kannst und ich glaube, das vergessen wir manchmal, aber wir denken, oh, so wie es jetzt ist, muss es immer sein, ich habe nie wieder die Freiheit für andere Sachen, nee, für deine Priorität, du willst ja, dieses Outcome X haben, das heißt, bis dahin ist deine Priorität das und andere Dinge haben zu anderen Zeitpunkten auch wieder ihre Relevanz und dann hast du auch wieder mehr Freiheit für deine Ernährung oder für deine Freunde, Familie, wie auch immer ähm, und das vergisst man manchmal. Mir hat das letztes Jahr extrem viel gebracht, mich einmal zu entscheiden in der PrEP, Fokus ist jetzt auch vor allem meinen Athletinnen-Dasein, danach ist das Business. Sonst habe ich oft das Problem gehabt, ich habe mich schlecht gefühlt als Athletin, weil, oder in der Athletinnen-Zeit im Training, im Meal-Prob, weil ich dann dachte, okay, ich müsste oder könnte jetzt arbeiten, aber ich habe, ich sage mal, zu den Höchstzeiten zwei Stunden Cardio, drei Stunden Training gehabt, allein das und in der Zeit möchte ich halt auch kein schlechtes Gewissen die ganze Zeit haben, dass ich nicht arbeite, ja, ähm, und mir ja aber einmal zu sagen, okay, für diese Zeit jetzt, bis ich auf der Bühne stehe, ist das auch eine Priorität und das Business ist okay, wenn es so bleibt und jetzt nicht unbedingt krass wächst, ähm, und ich, in der Zeit, in der ich arbeite, zu 1000 Prozent produktiv und effektiv und fokussiert arbeite, in dieser Zeit, ähm, bringt das, also, das hat mir einfach viel gebracht, um nicht immer mit dem Kopf woanders zu sein und, ähm, es hat meinem Business gar nicht geschadet, man hat manchmal viel mehr Ängste als man, ähm, als die, die eintreten, 97 Prozent, weil es auch was Neues ist, was du dann ausprobiert hast, das ist zum Beispiel so auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und ich finde das gut, dass man sagt so, okay, jetzt habe ich das Ziel und jetzt bin ich da eben in den Prioritäten da und danach habe ich aber auch die Möglichkeit wieder zu switchen, aber auch gleichzeitig, okay, mein Ziel ist das, meine Prioritäten sind aktuell das, aber jetzt kommt das Leben und irgendwie muss ich, oder, ja, muss ich mich auch daran anpassen und einfach auch ein Stück weit flexibel bleiben, ja, aber eben trotzdem auch fokussiert, weil ob du das jetzt in drei Monaten erreichst oder in vier oder in fünf, ist dann auch nicht so relevant. Und der Druck ist dann meistens halt der, den du dir selber im Kopf setzt, also da wird jetzt, ich sage mal, Gott sagt jetzt nicht, oh, also 15 Uhr wolltest du mit dem Training vorbei sein, also wenn du das Netz nicht machst, dann wird es anfangen zu regeln heute. Also es ist meistens immer nur der Druck, den du dir selber machst und, aber wenn zumindest eine Struktur, eine Planung für dich erstellst und gewisse Prioritäten setzt und dich daran hältst und nicht immer dich verarscht und dich nicht daran hältst, in dem Moment gehst du schon mal viel mehr in die Richtung deines Ziels und bist viel mehr in der Lage, etwas zu verändern, als wenn du jetzt erst mal sagst, boah, ich bin jetzt super überfordert und ich sehe nur die Dinge, die ich jetzt nicht mehr tun kann, weil dann solltest du dir vielleicht ein anderes Ziel setzen. Ja, ja. Okay, also Punkt eins, Prioritäten setzen, beziehungsweise, long story short, ich wollte sagen, Punkt eins, Struktur und Planung und den ersten Actionstep machst du gerade schon, indem du diesen Podcast hörst und der zweite Actionstep wäre einmal, sich hinzusetzen, was ist mein Ziel, was sind meine Prioritäten und eventuell schon einmal so in die Woche zu gehen. Ja, dann kannst du jetzt hier mal auf Pause drücken und davor dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen und mal in deine Woche schauen, deine Wochenplanung mal vielleicht ankreuzen oder dir markieren, wann mache ich wirklich Zielzeit. Wie viel Zeit am Tag verbringe ich mit meinem Ziel oder mache ich jeden Tag Actionsteps auf mein Ziel zu? Ja, voll. Und klein denken. Ja, klein denken. Ja, in dem Fall kleine Steps machen. Ach so. Groß denken, kleine Steps machen. Ja, okay. Also nicht denken, ich muss jetzt diesen großen Schritt machen und fange deswegen nicht an, sondern ich mache diese fünf Minuten. Im Optimalfall führen die fünf Minuten dazu, dass ich auf einmal Bock habe auf mehr und dann bin ich so in so einem Momentum drin. Ja. Gut. Play. Play. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Umfeld. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, als wir den Podcast vorbereitet haben in räumlich und sozial. Und ja, was hast du dazu zu sagen zu dem Punkt? Ich muss immer ein bisschen schwunzeln, weil mittlerweile habe ich mir ein Umfeld geschaffen, was es mir sehr leicht macht, meine Ziele zu erreichen. Aber mir ist natürlich bewusst, dass es nicht für jede Person so ist und für mich war es auch nicht immer so. Das heißt, wenn ich manchmal denke ich gar nicht mehr an bestimmte Herausforderungen, weil sie für mich nicht mehr existieren beziehungsweise sich auch mein Umfeld so verändert hat, dass es supportiv für meine Ziele ist. Aber wenn ich jetzt einmal zurückdenke, ist die soziale Komponente auf jeden Fall etwas, was nicht einfach ist und ich glaube gerade, ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber ich als Frau wollte auch immer vielen gefallen und es ist mir dann auch sehr schwer gefallen, ja, wenn man dann so Kritik von außen bekommt vom oder war ja nicht oft Kritik, sondern einfach so Fragen oder bestimmte Äußerungen von Kollegen, also nicht mal von Freunden, sondern einfach von irgendwelchen Menschen und ja, aber das Problem sind halt nicht die Leute, sondern deine innere Unsicherheit und dass du dir nicht vertraust, das ist der aller, aller größte Punkt, deswegen triggern dich die Sachen auch, also das ist der Punkt, du bist unsicher mit dir. Ja, ich würde auch sagen, das war so ein Punkt, dass ich mich halt, also wenn man merkt, man möchte sich irgendwie verändern, Veränderung ist immer unbequem und dann fängst du auch noch an, dir irgendwie große Ziele zu setzen, die für dich erstmal auch so ein bisschen fake klingen und du denkst so, ach, kann ich das überhaupt selber erreichen? Dann ist da auch noch so die, bei mir auf jeden Fall oft die Kritikerin, die sagt, naja, kannst du eh nicht, schaffst du eh nicht und dann hast du diesen inneren Dialog und dann trägst du das eigentlich nach außen und denkst, die anderen Menschen denken auch so und traust dich dann nicht in deinem Umfeld auch für dich einzustehen und zu sagen so, nein, ich esse das jetzt nicht. Ich war dann oft so, eigentlich wollte ich nicht, aber ich habe sofort ja gesagt und ja. Es gibt so einen Song von den Ärzten, die habe ich die ganze Zeit im Kopf. Das heißt, lass die Leute reden. Ja. Mag die Ärzte eigentlich nicht, aber jetzt, als hatte jemand aus meiner Klasse so ein Shirt an und war die ganze Zeit, lass so reden. Egal. Jetzt so beim Thema Umfeld direkt so an die, an die Schule, ans Umfeld denkst. Ja, also ja, für mich war es, also dieses Essen, da hat man sich ja, Punkt Ernährung, ist natürlich immer schwierig dann auf der Arbeit, ne, du hast da vielleicht so dein Umfeld und auch so deine Gewohnheiten gehabt oder nie drüber nachgedacht und fängst so an, dein Essen mitzubringen bist eh schon überfordert mit, was ist jetzt das Richtige und okay, meinetwegen hast du einen Mehlplan und du nimmst es dann mit und dann gucken sie erst mal in deine Trupperbox. So, und dann hat man sich auch überlegt, wann man vielleicht ist, wenn niemand zuschaut oder mit keiner Fragen stellt und ja, aber wichtig ist dann auch immer, wenn du dir vorstellst, du hast den Ziel schon erreicht, natürlich packst du deine Trupperbox aus, also natürlich und da ist es halt auch wieder so dieses Act as if, also tu so, als hättest du dein Ziel schon erreicht oder sag dir, was würde die Person tun, die mein Ziel schon erreicht hat, ja, die ist shredded, ja, die ist super sportlich und bewusst in ihrem Leben und die ist selbstbewusst natürlich nimmt die ihre Trupperbox zu einem Großteil mit. Ja. Ja. So, und wenn jemand sagt, was ist du da, dann kannst du sagen, was du da isst und dann kannst du auch sagen, ganz ohne, ohne an einen, also ich habe es immer als Angriff gesehen, weil ich viele Dinge persönlich genommen habe, das war nicht das Problem, was die Leute gesagt haben, sondern wie ich in mir war und dass ich in mir absolut unsicher war, aber du kannst auch einfach sachlich sagen, was du, was du isst und was deine Ziele sind und was dir persönlich wichtig ist und das ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, dass ihm das nicht schmecken würde oder dass er das nicht könnte oder ob allweiß nicht zu viel ist oder ob das nicht krank macht oder ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, das ist absolut in Ordnung, und jede Meinung ist berechtigt und es ist gut für die Menschen, ihre eigene Meinung zu haben, weil die meisten, also es ist gut, weil viele folgen einfach nur und denken gar nicht und dann ist auch der Gegensein in Ordnung. Ja, wir hatten uns bei der Vorbereitung so drei Punkte aufgeschrieben, die du eigentlich jetzt mit so Kommunikation, also auch mit dem Umfeld zu sprechen und zu sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Warum, auch wenn das echt, ja auch unangenehm ist, weil das Aufschreiben ist vielleicht schon nicht so angenehm, aber es wird halt besser, indem man es macht und umso öfter man es ausspricht. Genau, aussprechen, meistens kommt auch total positives Feedback dann oder auch Interesse und dann hast du halt einfach ein, ja, fängst du an, dir dein eigenes Umfeld auch zu kreieren, was dich unterstützt und dann hatten wir aufgeschrieben, dass dein Umfeld vielleicht auch nicht deine Ziele hat und du dich eben da auch nicht an deinem Umfeld orientieren solltest, nur weil die keine Tupperdose dabei haben oder eben drei, vier Mal die Woche ins Training gehen oder auch sich Zeit nehmen für Mealprep und Selfcare. Das ist vollkommen okay. Ja, es ist vollkommen in Ordnung und ich finde der Punkt Kommunikation ist wirklich ganz sehr wichtig, weil wir hatten ja auch drüber gesprochen und ich habe auch, es ist halt so, ich bin davor davon ausgegangen, ich mache das jetzt, auch in Bezug auf meine Familie oder ich ändere jetzt meine Ernährung und ich setze mich sogar an den Familientisch tatsächlich, weil ich so viel Angst hatte vor dem anderen Essen mit meinem Mealprep also jetzt unabhängig von einer Wettkampf-Date, in einer Wettkampf-Date ist nochmal was anderes, aber und dann bin ich aber trotzdem gefrustet und getriggert, weil zum einen bin ich gefrustet, dass ich das nicht mitessen darf, dass ich mich nicht traue darf, in Anführungsstrichen und dann bin ich getriggert, wenn ich gefragt werde, was ich esse und in dem Moment ist für alle Menschen am Tisch ein absoluter Pain, weil erstens sitzt du da mit deinem Mealprep zum zweiten startest du absolutes Chaos aus an Energie und vielleicht trauen sich deine Mitmenschen, deine Familie dann auch gar nicht mehr so richtig zu fragen und du denkst dir so, warum interessiert ihr euch eigentlich nicht für mich und das ist halt so, das hat in meiner Familie glaube ich lange zu so Differenzen gefühlt oder zu so angestauter Energie, bis ich wirklich gesagt habe, was ich möchte oder was mein Ziel ist und warum mir das wichtig ist und dass ich mir auch einen bestimmten Umgang wünschen möchte beziehungsweise dass es mir überhaupt nicht leicht fällt. Weil die haben halt mich gesehen, wie ich super diszipliniert da sitze mit einem straighten Blick und ich in mir war natürlich gar nicht super straight aber dann traut man sich halt gar nicht so richtig was zu sagen von außen und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das ausspricht und auch sagt, warum und dann auf einmal und auch wenn dann viele Fragen vielleicht kommen, mir wurden viele Fragen auch gestellt auch zum Thema Bodybuilding von meiner Familie, die mich natürlich auch verunsichert haben, beziehungsweise mir auch selber die Möglichkeit gegeben haben, den Sport nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten und da auch mich nochmal anders mit zu beschäftigen, aber mittlerweile ist es auf jeden Fall eine Unterstützung, die ich einfach erfahre, auch so nach außen und das finde ich richtig, richtig cool. Ja, schöne Erfahrungen. Wie ist es bei dir gewesen? Ähnlich, also ich habe auch am Anfang einfach nicht getraut, mich mitzuteilen, darüber zu sprechen, weil es für mich selber noch nicht so greifbar war und halt immer diese innere Stimme so, schaffst du ja eh nicht und wenn ich dann vielleicht das ausgesprochen hätte und dann noch das Feedback von außen bekommen hätte, schaffst du ja eh nicht, was ich nie bekommen habe, sondern es ist voll geil, dass du das machst und es war eher dann, ich mache mir ein bisschen Sorgen und habe ein bisschen Angst, also von der Familie aus und je mehr ich sie mitgenommen habe auf meine Reise, desto interessierter und auch mehr haben sie mich unterstützt und auch liebevoller haben gefragt und ja, sprechen miteinander hilft. Und was auch nochmal wichtig ist, umso erwachsener man wird, es ist auch okay, wenn das nicht von allen Seiten Unterstützung bekommen, wenn das nicht jeder versteht, was du machst und vielleicht auch, wenn Menschen sagen, das nicht gut finden, ja, es ist ja in Ordnung, also es ist, du musst, du lebst ja nicht, um das nach allen Vorstellungen zu machen oder jedem nach dem Mund zu leben, weil du hast ja dein Leben und es ist dein Job, dein Leben zu leben. Ja, voll, Punkt. Cool. Ja, fällt mir dazu noch was ein. Ah ja, achso, was mir dazu noch wichtig war zu sagen, ist, wenn dir das zum Beispiel und du hast einen Freundeskreis und das Ding haben wir auch oft bei den Powergirls, die vielleicht viel essen gehen oder auch mal feiern gehen und so weiter und du hast zum Beispiel ein Problem mit emotionalem Essen oder Overeating, was deine Freunde nicht haben, aber du traust dich irgendwie nicht mitzugehen und das fällt dir alles total schwer. ja, ich empfehle da immer, hey, also du musst dich auch nicht immer Trigger-Situationen aussetzen oder Situationen aussetzen, die es dir erschweren, deine Ziele zu erreichen. Du musst nicht jedes Wochenende mitfeiern gehen, du musst auch nicht dreimal die Woche mit deinen Freundinnen zum Asiaten gehen. Du kannst auch einfach sagen, ey, Leute, ich möchte jetzt wirklich mal das durchziehen mit dem Fitness-Lifestyle und können wir uns nicht irgendwie zum Radfahren treffen und zusammen grillen und jeder bringt sich was Gesundes mit oder was weiß ich, man muss ja nicht immer, immer essen gehen mit anderen. Ja, also du kannst auch einfach mal in den Raum werfen, was anderes zu machen oder lass es doch mal gemeinsam mit Mägel machen lassen oder keine Ahnung, was meinst. Ja, vielleicht auch so ein Stück weit eine Inspiration für das eigene Umfeld werden. Und wenn du halt in merkst, du kriegst ganz viel Gegenwind, kann man dann auch nochmal über die Freundschaft nachdenken. Passiert auch. Wenn du dich entwickelst, kann es auch sein, dass du dich von bestimmten Menschen entfernst. Das tut weh, aber es ist auch so. Manche Wege führen irgendwas. Es gibt immer einen Grund, warum Menschen zusammenkommen, Freundschaften, Beziehungen, wie auch immer. Und entweder ist es für eine Zeit lang wichtig, für einen bestimmten Grund wichtig, ein bestimmtes Learning, dieser Spruch, oder für ein Leben. Aber jeder Mensch ist in deinem Leben aus einem Grund und hat dir auch was geschenkt. Und genau diese Erinnerung sollte man an jede Beziehung haben, ob es jetzt vorbei ist oder weiterhin bestehen bleibt, etwas Positives oder ein Learning, was du daraus gezogen hast und aber auch okay damit sein, dass es vielleicht dann manchmal vorbei ist. Absolut. Gut, wir haben jetzt viel über soziales Umfeld gesprochen. Ich würde es wichtig finden, auch nochmal das räumliche Umfeld anzusprechen. Da denke ich an das Zuhause, Küche, wie ist die so ausgestattet, was gibt es da so. Und ich musste zum Beispiel jetzt des Öfteren auch über ein räumliches Umfeld nachdenken, was ich in dem ich früher sehr viel war und sehr viel alte Verhaltensmuster hatte, die mir absolut nicht mehr gefallen und die ich nicht mehr haben möchte. Aber nur aus dem Grund, dass ich mich in diesem Umfeld bewege, merke ich, dass ich so alte Verhaltensmuster wieder adaptieren möchte und es ist sehr schwer, es für mich da Stopp zu sagen und gleichzeitig ist dieses Umfeld eben auch voller Trigger Lebensmittel so. Ich arbeite nebenher noch im Anabol im Restaurant und das habe ich so jetzt für mich in den letzten Wochen so erkannt, dass ich halt einige Verhaltensmuster aus der Gastro, ich komme aus der Gastronomie, da auch wieder so sofort, wenn ich in der Rolle bin im Restaurant auch so ein Stück weit wieder wieder adaptieren möchte, obwohl ich es nicht möchte, aber ja, man rutscht da halt immer schnell wieder rein durch bestimmte Trigger einfach, durch bestimmte Gedankenmuster, werden ganz automatisch Wege im Gehirn aktiviert, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen, wenn du nicht bewusst bist, wenn du nicht bewusst bist, deswegen ist halt das Bewusstsein über das, was wir denken und tun, dann ist es wichtig, ja, ja, voll, also, was ich da empfehle, ist das Frühling, Wohnungsputz, einmal das Umfeld säubern räumlich, also wirklich mal gucken, was hast du vielleicht an Lebensmitteln zu Hause, die dich triggern oder auch, was gibt es noch? Schmeiß deine ganzen Zeltpullover weg, schmeiß einfach alles weg, nee, aber auch so, meine Mama, meine Mama, meine Mama, wenn die ihren Schrank aufräumt, die hat Klamotten für die, für, für die Arbeit, Klamotten für zu Hause, Klamotten für den Hof, Klamotten für, wenn sie sich nicht so gut fühlt, ich finde das so lustig, weil sie manchmal so die Hose, ah ja, die ist für den Hof, ich so, ah, okay, aber ja, wir haben ja diese, es ist eigentlich so bescheuert, diese, ähm, Periodenklamotten, wo, wo du sagst, ein Kissen grauer, weite Jogginghose und irgendein Oversized Shirt für die Tage an den richtig unwohl fühle und das ist ja auch absolut okay, aber, du wirst dich ja mal gut fühlen, warum hast du dann tausend Sachen in deinem Schrank für den Moment, dass es dir nicht so gut geht, so, ne, also, ja, ich denke, du kannst das in mehreren Bereichen in deiner Wohnung machen, aber wenn wir jetzt so ein bisschen auf Gesundheits- und Fitnessziele uns, ähm, vor allem fokussieren, dann geht es, die Kekse weg, geht es viel um die Küche, die Kekse weg, und, ja, ich weiß nicht, ähm, also mir fällt es viel schwerer, ich sage es so oft, daheim bei meinen Eltern, ähm, wenn einfach überall Essen rumsteht und deswegen, warum muss man sich in seiner eigenen Wohnung, wo du die eigenen Entscheidungen treffen kannst, warum musst du, ähm, für den Fall, dass du irgendwann mal drauf Lust hast, so Flüssigkeit zu Hause haben, oder für den Fall, dass du mal Besuch bekommst und du willst ja deinem Besuch auch nicht Junkfood anbieten, weil du magst ja deinen Besuch, warum solltest du den? Finde ich eh so ein bisschen paradox, du denkst und du ernährst dich die ganze Zeit, ähm, ja, irgendwie so förderlich für deinen Ziel und wenn dein Besuch kommt, stellst du halt Kekse und Schokolade auf den Tisch, schneid doch mal Obst und Gemüse auf. Aber das ist, weil man das so kennt. Ja, absolut, das ist Habit und das kannst du halt verändern, ähm, und irgendwas. Dass mal jeder Brot schnimmt. So ein Stück Händel, so ein, so ein schicken Brust, so, hier, dein Snacken, finde ich gut. Wenn ich ehrlich bin, das nicht. äh, ich komme vorbei, wenn sowas bei dir Kekpops, sondern Schicken, so ein Schicken, okay, gut. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, aber es ist wahrscheinlich genauso. Ja, warum kauft man sowas ein, wenn du es nicht essen musst? Ah ja, ja, ich hatte das in meiner Weiterbildung zum Thema Ernährung, dass halt, wenn etwas in deinem unmittelbaren Umfeld ist, in der Nähe, dann wirst du es viel wahrscheinlicher essen. Ja. Ob du jetzt Lust darauf hast oder nicht, du wirst es viel wahrscheinlicher essen und wir leben in einer Zeit, wo du halt 24-7 rausgehen kannst und dir einen Schokoriegel holen kannst. Wenn du dann doch wirklich Bock drauf hast, ich meine, hier vorne bei uns an der Erstbahnstraße sind zwei Automaten, wenn ich jetzt Bock hätte auf den Mars, dann kann ich da hingehen und mir den holen. Punkt. Ja, true, ist halt so. Wenn du den Morgen isst, weil du den heute nicht mehr bekommen kannst, auch dann wird die Welt nicht untergehen. Das ist so. Ja. Ja, okay. Okay. Umfeld, aber auch noch eine Sache, was supportet dein Umfeld? Und ich habe hier meine Goldcard zum Beispiel zu liegen und da steht mein Ziel drauf. Was du auch machen kannst, ist dir Zettel an den Kühlschrank zu kleben mit bin ich wirklich hungrig oder dir an den Spiegel zu kleben, keine Ahnung, Attitude, Einstellung, innere Einstellung oder Motivation, sprich Bandtattoo. Ich hatte das mit dem Kühlschrank also teilweise so Stopp, weil ich halt einfach so. Also Dinge, die dich an dein Ziel erinnern, es gab schon diese, dass du dir von deinem, von deinem Crush das Foto in den Kühlschrank stellst. Das kenne ich auch. Und ich musste gerade an, kennst du die Serie Die Dinosaurier? Wenn man den Kühlschrank aufgemacht hat, kam da immer so ein, so ein Monster raus. Ja. Okay. Das sind die No. Also ja auch, nicht nur was dich triggert, sondern auch was es förderlich macht oder ein Syriom Board oder sowas. Ja, genau. In die eine und in die andere Richtung kann man es machen. Ja. Okay. E so ein bisschen so Fokus an what you want. An Stelle, was ich nicht will. Ja, voll. Passt irgendwie so ein bisschen. Und was macht es dir auch leicht? Ja. An dritter Stelle. Ja, also wir gucken, wir haben als erstes haben wir über Prios gesprochen, als zweites über dein Umfeld, räumlich und sozial und das dritte ist, das habe ich verpasst. Ah, Ablenkung. Ablenkung. Ja. Und da auf jeden Fall zwei Sachen. Ablenkung von deinem Ziel durch die Meinung anderer und Ablenkung über Social Media. Kommt jemand noch Fernsehen? Weiß nicht. Zu Hause bei mir, ja. Ab keinen. Ich habe auch schon lange keinen Fernseher mehr. Das hat die Wohnungsmarke gemacht. Hier kann sie ein Fernseher nennen. Okay. Nein. Ja, also möchtest du über Social Media oder über durch andere Reden? Ich greife den Punkt Social Media gerne auf. Ja. Ja, gut, dann. Du hast ja so eine App eingestellt. Ich habe so eine App eingestellt. Ja, schwieriges Thema für mich persönlich auch. Also ich beschäftige mich jetzt noch gar nicht so extrem lange und bewusst mit meiner Handynutzung, sondern ich habe es halt, davor habe ich mich immer so von meinem Handy nutzen lassen und habe das nicht hinterfragt. Und so seit Anfang des Jahres habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das nicht mehr gut tut. Wahrscheinlich auch schon davor, aber irgendwie kriegst du ja dann doch auch immer so ein kurzfristig gutes Gefühl und das nimmt man dann auch gerne an. Aber ich habe gemerkt, okay, es raubt mir Fokus, Energie und Aufmerksamkeit für zum Beispiel Ziele, die ich verfolgen möchte. Und es ist halt wirklich ein Habit geworden. Es ist nicht so, dass ich denke so, oh, ich habe jetzt gerade voll Bock auf Instagram zu gehen und da rumzuscrollen, sondern es ist so einfach automatisch. Ja, es ist so automatisch. Es ist echt die Straße. Okay, ich fahre einfach wieder die Straße und wieder die Straße und wieder die Straße und wieder die Straße. Oder ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Also gucke ich in meinem Handy. Ja, auch das Thema dieses Langeweile aufkommen lassen. Also, dass es überhaupt gar nicht jetzt irgendwie so mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wirklich so, ich habe das selber wahrgenommen und eben auch gemerkt, was für einen Impact das hat, wenn man sich auch dahingehend mal Ziele setzt und sagt, okay, ich möchte das irgendwie auf eine Art und Weise bewusster nutzen, wie auch immer das aussieht, wo auch immer du stehst, was auch immer dein Schritt eins ist. Ich habe zum Beispiel dieses erst ab ein Uhr, habe ich doch am Anfang des Jahres gemacht und da habe ich gemerkt, wenn ich halt so lange nicht drauf bin, habe ich dann ab ein Uhr richtig lang drauf gehangen. Und da war ich so, okay, gut, irgendwie ist das auch nicht so geil. Ja, true. Also, es ist ja so, Instagram gibt dir ja auch vollste Bestätigung und du bist genug, so wie du bist. Du brauchst Bestätigung nicht über deine Ernährung holen oder ein gutes Gefühl und du bist auch gut, wenn du kein Like hast auf Instagram. Ich glaube, das ist auch ganz so wichtig, weil man ja über Instagram oder WhatsApp oder was auch immer, welche Sachen du benutzt, ist ja immer so dieses Ah, ich habe eine Nachricht, weil dann hat ich, also ich habe Aufmerksamkeit, ich bin irgendwie wichtig und ich glaube, wir dürfen alle wieder lernen, dass wir für uns selber auch wichtig sein können, nur weil wir so existieren, wie wir sind, ohne dass jemand anders dir dafür schreiben muss oder so. Ja. und dann eben auch zu beobachten, wie sich dein Gefühl verändert, wenn du die ganze Zeit auf Social Media scrollst. Also das ist ja auch, du hast morgen was geschickt mit der Dopaminausschüttung, also das wäre ständig am Tag dieses Dopamin, so Benachrichtigung, Nachricht, Like, und ja, es war halt interessant, dass du halt am Anfang, du hast, sagen wir jetzt mal, das erste Mal dein Handy in der Hand und du nutzt es und das ist so ein Reiz, der reinkommt und dann hast du die Dopaminausschüttung und ein gutes Gefühl und dann willst du davon mehr, weil es ist halt ein gutes Gefühl und dann bist du in diesem Cycle drin, was sich dann letztendlich zu so einer Abhängigkeit entwickeln kann, Sucht in Anführungsstrichen und das ist halt super interessant, weil irgendwann hast du nicht mehr dieses gute Gefühl, aber du hast dir diese Habit, also dieses Hamsterrad, da steckst du die ganze Zeit drin und du hast eigentlich ja, irgendwie nichts Du hast Zeit verschwendet. Ja, du hast irgendwie nichts mehr davon. Du hast Zeit verschwendet. Du hast Zeit verschwendet, ein schlechtes Gefühl am Ende irgendwie geholt, weil du das dann quasi assoziierst mit ich gehe nicht oder ich habe kein Like, also bin ich nicht wichtig. Ja, also oder keine Nachricht, also bin ich nicht wichtig. Also die Zeit kannst du investieren in deine Prioritäten und vielleicht mal schauen, dass du deine Zeit auf Social Media ein bisschen begrenzt und vielleicht auch das, was du dort konsumierst, begrenzt mit Inhalten, die dich motivieren und die in Richtung deines Ziels sind. Das heißt, wenn du abnehmen willst, solltest du nicht allen Rezeptkanälen folgen. Yes. Zum Beispiel. Ja. Ich war einmal auf so einem Pistazien-Croissant. Ja, jetzt hast du nur noch. Ich habe ständig Pistazien... Ich gucke mir wirklich nicht viel Essen an auf Instagram, aber ich habe mir einmal irgendwie eins angeguckt und ständig kriege ich jetzt diese Croissant-Reals und ich merke, auch wenn ich das rolle und das sehe, dann halte ich ihn mal und denke so, geil. Und dann denke ich, hä, nein, das ist gut, ich will es gar nicht sehen. Es ist so krass. Ja. Und das verunsichert dich natürlich dann auch, diese Plattform, weil du ständig auch irgendwelche neuen Infos bekommst. Also mach die Übungen für Glut oder probier das Rezept aus oder hier ist das neue Supplement. Ja, merke ich selber auch. Und es ist so ein Overload auch an Informationen und durch dieses Scrollen, also unser Gehirn ist zum Beispiel nicht gut im Multitasking und das ist eigentlich das, was du da die ganze Zeit machst. Also du nimmst das gar nicht so richtig auf, sondern du scrollst nur, ah, da steht jetzt irgendwie Abnehmen. Ja, und im Nächsten steht wieder was anderes und das nimmst du nicht so auf, wie du, ja, es aufnehmen könntest. Von daher schwierig. Ja. Ich würde halt echt empfehlen, einfach mal sich Gedanken darüber zu machen und sich ruhig mal also anzuschauen, vielleicht auch, wie ist der Ist-Zustand, weil man kann ja mittlerweile auch bei jedem Handy schauen, wie viel Bild Bildschirmzeit habe ich und dann muss ich halt nicht, wenn ich sehe, ich habe irgendwie zehn Stunden Bildschirmzeit jetzt sagen, nur noch eine Stunde die Woche, sondern dann sagst du halt, okay, nur noch neun, nur noch acht, nur noch sieben, nur noch sechs und irgendwann merkst du so, ah, das echte Leben ist ganz schön geil ohne. Ja, und ganz ehrlich ist der Shortcuts für nix, für dein Business nicht, für dein Training nicht. Es gibt immer tolle Tipps auf Social Media und überall, aber die Zeit und die Arbeit, die darfst du investieren und es gibt keine Abkürzung für Erfolg, gibt es einfach nicht. In der Zeit, wo du nach der Abkürzung suchst, kannst du schon wieder drei normale Action Steps machen, bis eigentlich viel weiter. Ja, ja. Und wir hatten zum Schluss noch aufgeschrieben, also das ist eben den Fokus für das Wesentliche rauben kann, die Handyzeit und dass es da sinnvoll ist, sich wirklich noch mal zu fragen, was macht es mit mir und wie bei Step 1, so was sind eigentlich da meine Prioritäten und matcht das oder matcht das halt eben aktuell oder generell nicht. Ja, ja. Bei mir matcht das auf jeden Fall aktuell nicht und deswegen möchte ich das gerne einkriegen. Und es ist nicht die Person, die du sein möchtest. Ja. True. True. Also, du merkst schon, also man könnte da auch noch viel länger drüber philosophieren, aber das sind so drei Punkte, über die du dir gerne mal Gedanken machen kannst, also deine Zeitinvestition, Dinge, die du ändern möchtest oder die Prioritäten, die du verschieben möchtest, dein Umfeld und beziehe dein Umfeld mit ein. Und es ist auch okay, wenn Leute keine Fitnessziele haben und andere Dinge tun. Ja. Und, ja, lass dich nicht so sehr ablenken, sondern focus on your goal, on your goal card. Yes. Das ist schön. Yes. Ja. Das war schön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne mit fünf Sternen oder schreib uns eine Nachricht. Wenn du uns als direkten Support-Coach haben möchtest, dann schreibst du uns auch auf Instagram at maya.pauge und ich weiß immer nicht, wo dein Unterstrich ist, Coach-Unterstrich? Unterstrich Coach. Unterstrich Coach Kate. oder auf der Website www.powergirlcoaching.de kannst du dich auch einmal eintragen, wenn du von uns kontaktiert werden möchtest. Und, ja, möchtest du noch was sagen? Einfach nur, dass ich voll happy bin, dass ich mittlerweile so ein gutes Gefühl habe, mit dir hier zu sitzen und zu quatschen. Ja. Und auch heute Morgen mich nochmal gedanklich ausgerichtet habe, so, wie möchte ich, dass die Situation hier heute für mich, für uns verläuft. Und, ja, dass sie so verläuft. Und auch das Wesentliche gerichtet, ja, sogar besser. Yeah. Sehr gut. Gut. Ciao, ciao. Ciao, Kakao.